Dieses Video wird wieder einmal von meinem Partner OneFootball unterstützt. Also holt euch die! Jo, Leute! Was geht ab? Herzlich willkommen! So! Eine weitere Video auf meinem Kanal, liebe Leute! Na, Freunde? Alles schön geilo bei euch? Ihr geilen Geidonauten? Wartet! Was ist das? Oh! Ich empfange den Flaschenpost! Ich empfange den Flaschenpost! Papa? Vater? Bist du es? Das ist echt das allerletzte! Junge! Oh mein Gott, Alter! Ich glaube, ich muss kotzen! Ah, Alter! Es hätte nicht mir in die Hose gekackt! Meine Mutter hat gerade angeklopft, die meinte so Jo, Niklas, mach nicht zu spät aus! Denn du musst einfach morgen zu Fuß gehen! Alter, Leute! Unser scheiß Ruhrgebiet ist so eingefroren, dass du einfach nicht mit dem Fahrrad drive kannst, Digga! Was mache ich denn ohne meinen Drahtesel? Ohne meinen Drahtesel bin ich nicht mobil, Leute! So eine Scheiße! Wie hast du denn mit Fahrrad zur Schule? Hey, Digga! Wie denn sonst? Soll ich da hinten fliegen, oder was? Ich meine, ich bin zwar YouTube-Partner und kann mir ein Privatjet leisten, aber Leute, ich will ja natürlich am Boden bleiben, ne? Wie sieht es mit den Gold-Upgrades aus? Also, ich habe die Gold-Upgrades, habe ich halt letztes Jahr voll oft gemacht, dieses Jahr habe ich die, glaube ich, noch nicht einmal gemacht, weil die in meinen Augen einfach scheiße sind, Freunde! Vor allem an meiner Stelle, Digga! Ich habe da eh nie Packlack drin! 81++-Doppel-Upgrade! Ich habe 20 gemacht, besser war ein 84er! Alles klar, Leute! Ich glaube, eigentlich sollte ich die Finger davon lassen, oder? Wuh! 81++! Yeah! Hahahaha! 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 Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hahahaha! Prinkets, Alter! Prinkets, Alter! Prinkets! Oh mein Gott! 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 Was ist das denn, Digga? Alter, ich bin der Größte für Bricker, denn die Tieferscheine, Digga! Oh mein Gott! Nein! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Oh, stabile Seinlage, Leute! LOL! Fuck, ist das geil! Gebt dem Video einen Daumen nach oben für sexy Sex mit leckeren Quarkbächen und 10 Jahre Peck-Lock! LOL! Ich habe kleine Hoden! Äh! Daumen nach oben für sexy Kingdorf! Ja! Go, Master!